und da bin ich auch wieder zurück und habe die falschen kopfhörer auf sehr gut ich habe mich schon gewundert warum ich kein vogel zwitschern höre einmal kurz die kopfhörer wechseln und jetzt gucken wir mal was genau eigentlich ehrenschwester passiert ist irgendwas ist hier hier sind keine gegner ich sehe keine gegner aber trotzdem habe ich das gefühl dass es ein böser böser hinterhalt hier das sind keine schattenkerl die sind von meinem stamm ist das bei euch eine normale begrüßung da oben ist einer der schießt mit richtig hartem geschütz ich habe jetzt einmal hier kurz irgendwo in deckung gehen hier oben war noch einer dich habe ich und da oben ist der nächste und so einfach davon was ist das ich glaube es ruft maschinen her halte ich bereit das gefällt mir nicht maschinen das geht hier gleich action bereich los jetzt hätte ich ganz gerne meinen kleinen freund oder was ich mir nicht mit dem sollte vielleicht auch rollen und nicht Fuck Okay, einmal hier Schnell irgendwo eine Sicherheit Okay, ich glaube, mein Freund ist unsterblich Okay, der hat es jetzt nicht geschnallt, das ist gut Ach, komm schon Das würde ich angreifen Ich bin hier ums Eck Bevor die wieder raffen, wo ich bin Und cool Da ist einer Wo, 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 wo So, den ersten habe ich Loot, 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 loot Okay, wow Mit dem Kopf durch die Wand Was bist du denn für einer Wie gehst du denn ab Als hätte ich es kommen sehen Na komm Steht mir der Typ auch noch im Weg Das war daneben Das nicht Das war sogar ziemlich gut getroffen Und Dich habe ich noch Ich habe hier helfen Nein Oh Mann, du Penner hast mir meine Erfahrungspunkte geklaut Oh, Seram Keine Schattenkercher Ich lag wohl mit allem völlig falsch Wie immer Bitte Benutz dein zweites Gesicht Ich muss wissen, was wirklich passiert ist Schon dabei Mann, ey Du oller Lootdieb Dieb Naja, eher Ep-Dieb Dein Glück, dass es hier genügend Pflanzen gibt Sonst wäre ich noch um einiges wütender Schade Von den Tränken haben wir Ein bisschen Viel Ah Da drüben ist noch eine Pflanze Die nehme ich mir So Ähm Dann wollen wir mal gucken Was haben wir denn hier Da drüben haben wir Sachen Oh, Pflanze So Was haben wir denn da Lederriemen Lederstücke Gucken wir uns die doch mal im Detail an Das Haar Okay So viel Blut Blutflecken Hier sind viele Menschen gestorben Ein Massaker Nicht schön Diese Felsen wurden Zerschmettert Irgendwas hat diese Steine getroffen Etwas, das ich noch nie gesehen habe Das klingt gefährlich Was haben wir da Eine Vorratskiste wahrscheinlich Oder so Ja Dachte ich mir Da oben auch Ne Sollten er kriegen Ah, da oben ist nur einer Den wir umgenutzt haben Ha Na komm Die haben wir Die Blutflecken haben wir auch Ist hier noch irgendwas Was wir noch nicht Ah, da oben Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren Aha Das klingt ja interessant Die kann ich ja auch hoch Gucken wir uns das Ding an Da Bei dem Stativ Eine verbrauchte Energiezelle Aha Sehr interessant Okay Wir könnten jetzt mit ihm reden Aber ich würde ganz gerne Diese Vorratskiste hier nochmal greifen Metallscherben Wenigstens etwas Rowell Das ist Ersas Helm Sie starb nicht unten auf dem Feld Es geschah hier Die ganze Trickserei Wozu Als ob sie mich damit quälen sollen Ich habe eine Theorie Aber man braucht etwas Vorstellungskraft Deine Theorien Stimmen eher als die Fakten Anderer Na gut Ich glaube die Osaram Griffen sie mit einer neuartigen Waffe an Sie montierten sie auf dem Stativ dort Sie Gibt Kraftwellen ab Oder vielleicht auch Schall Sie hat den Stein hier zerstört Ich glaube sie lähmt ihre Zile Anstatt sie zu töten Die Garde ging hier zu Boden Kein Blut an den Waffen Das kann nicht sein Die Garde Ihre Leiche ist in Meridian aufgebaut Ganz sicher Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an Jemandem von ihrer Statur Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte Sogar Ersa Geh zurück nach Meridian Sieh dir die Leiche nochmal an Ist es wirklich Ersa Liege ich falsch Aber wenn nicht Dann könnte meine Schwester noch leben Ich gehe Triff mich dort Wenn du es schaffst Meine Güte Zu so düsterer Zeit Tatsächlich noch eine gute Nachricht Ersa könnte leben Das sind mal gute Neuigkeiten Oh Fuchs Ich hatte vorhin schon Als ich die Pause gemacht habe Füchsige Jagd Weil ich nämlich ganz gerne Sachen herstellen möchte Fischgeräte Schweineknochen Fuchsknochen Ich brauche Fuchsknochen Äh Knochen Und Waschbärknochen Und Schweineknochen Ich brauche Knochen Ganz viele Knochen Gib mir die Knochen Ich will irgendwie nicht über Flüsse schwimmen Ich habe das dumpfe Gefühl Dass es nämlich nicht gut endet Wenn ich Flüsse betrete Diese Krokodile Finde Diese Krokoschnapper Dinger Sind nämlich alles andere als freundlich Moment Was ist das? Metallblume Okay Ähm Auf jeden Fall ist hier zum Beispiel Schon mal ein Lagerfeuer Waren wir hier in dem Lagerfeuer schon mal? Das wundert mich gerade Weil eigentlich dachte ich nicht Egal Gehen wir hier runter Oh da ist wieder ein Fuchs Ne Komm her du Fettes Fleisch Aber keine Knochen Dafür habe ich jetzt Ähm Diese Heilseite Äh Dieses Heilkraut Liegen gelassen Das ist jetzt blöd Aber zum Glück gibt es hier noch mehr davon Läuft ein Häschen Häschen Smack Wuppa Und cool Gar nicht geil Gar nicht geil Ne weg hier Es war mir so klar Dass diese Schnapper hier gleich durch die Gegend rollen Ne What the fuck Wie weit können die springen? Und da vorne ist noch einer Einer? Hier sind ganze Fick Killionen Von den Dingern Und da will ich jetzt durch Ja Prost Mahlzeit Ein bisschen Glück ist das hier Hohes Gras Da vorne Ich kann jetzt also auch Schnappmäuler überbrücken Schön Ganz leicht Ja Schön wär's Und dafür müsste nur mal einer hier in die Nähe kommen Moment Der kommt nicht nah genug dran Forelle Ach Ne Doch nicht Schnapp mal Ne Das wird nix Schmeißen wir lieber Sachen durch die Gegend Okay Fünfhundert Sechshundert Schritte Auf drei Eins Zwei Drei Roll dich Roll dich Roll dich Schnell Nein Ich will keine Kroko schubsen Ähm Ui Sollte der hier noch näher kommen? Dann Krall ich mir so ein Okay Ne Nichts Na komm Der eine hat mich doch gerade gesehen Okay Glück gehabt Ich bin auf der anderen Seite angekommen Welch ein Glück Eigentlich wollte ich ihn nur schnell speichern Okay Wir Versuchen jetzt einfach mal zurück nach Meridian zu kommen Weil ich glaube da müssen wir jetzt eigentlich auch hin Oder Müssen wir Ja Doch Wir müssen nach Meridian Und Oh Tatsache sind wir da schon lang gelaufen Naja Nicht ganz Wir sind einen anderen Weg gegangen Aber Der Weg jetzt ist zumindest sicher Ein Glück für uns Zumindest glaube ich dass der sicher ist Ich hoffe mal dass der sicher ist Upsa Bist du Freund oder Feind? Ach Komm Was ist denn das für eine Waffe? Okay Wir sind jetzt hier voll Auf Was ist denn los? Ich habe nichts gesehen Schmuck Na komm Oh In your Gesicht Moment Habe ich hier jetzt gerade eben ein 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 Lager entdeckt? Ne ich habe kein Lager entdeckt Au Du Olle Foot Ach dammit Wie viele sind denn hier noch? Ach ist nur noch einer Vaddan Hallo Row 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 The boat So wie zum Thema Das Wörtchen Leichtes Spiel Wir wandern hier jetzt einfach durch Ne Mhm Schön wärs War leider nicht so Da fangen wir nochmal Einen safe spot Einen schnellen Kein Platz mehr Kein Platz mehr Tja Kann man nix machen Was haben wir denn da? Hier liegt irgendwas rum So Wer war das? 1. August 2 20 61 Oha Holla Holo Freunde Willkommen in der Goldgrube Der gehackten KI-Hacks Diese Woche hat der Nutzer Cannibal Christmas Tree Seine erfrischende Holo-Sammlung Of Allseeing Dot Holo Hochgeladen Leider nicht interaktiv Mit den größten Momenten In der Geschichte Der geknackten KI Fehler Ausnahme Hyperlink Nicht definiert Wenn eure Zeit knapp ist Springt zu 6.22 Wo eine immer aggressivere Kundendienst KI Vom Faro App Store Darauf besteht Dass jeder Kunde Admiral Horatio Kartoffelgesicht Heißt Lol Okay Laughing Out Loudly Over My Visage Great Saga Harkill Keine Ahnung Was das für eine Abkürzung sein soll Wenn ihr sie wisst Schreibt es in die Kommentare So Dann hier entlang Hässliche Dunkelheit Das rote Meer von morgen Aber jetzt kommen wir mal langsam in die sichere Umgebung Ja das sieht gut aus Das sieht richtig gut aus da vorne für uns Ah endlich wieder trautes Heim Glaube ich zumindest Ja doch Schon ziemlich vertraut Ja klar Hier war das Lager In dem In dem wir diese Grube hatten Mit diesem komischen Sandwühle Ding Was da herumgetobt hat Wie nichts Gutes Roll 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 Ah wunderbar So Meridian Direkt vor uns Denk ich mal Was sind das da für Blitze Sieht ja fast so aus Als ob hier Wächter durch die Gegend laufen Aber stimmt Mir wurde doch hier gesagt Vom Baloo Hier lag eine Kiste Rum Ich sehe aber keine Kiste Ich sehe einen Truthan Hm Er meinte hier war eine Kiste War das der hier oder Der noch in Meridian Ich weiß es nicht Baloo wenn du mich gerade hören kannst Dann sag es mir bitte Ob du den hier oder In Den Typen in Meridian meinst Ich bin mir dann nicht sicher gerade So Das ist hier überhaupt Genau Das ist der Weg Den wir schon mal gegangen sind Wir haben Meridian nebenbei Noch nicht bei Tag gesehen Der draußen Moment Eine Gratiskiste Also Gratiskisten Kann ich ja nicht einfach liegen lassen Da rolle ich mich doch lieber nochmal zurück Gratiskisten Was hast du gesehen Was ich nicht gesehen habe Muss ich ja gleich wieder zurücklaufen Also bei dem hier draußen Sagtest du Okay Bei dem hier draußen Also Sehen tue ich nichts Aber hier ist ein Händler Und der Händler Hat eine Schatzkiste oder so Ach da Tatsächlich Gratis Probekiste Ja natürlich nehme ich die Warum soll ich die auch nicht nehmen Gratis Probekisten Hallo Oh Ich habe hier auch ganz schön viel Zeugs bekommen Aha Nein Tatsächlich hast du echt gut aufgepasst Ich danke dir dafür Jetzt habe ich Zeugs bekommen Mehr Zeug Was mein Inventar zuwüllt Jeha Aber gut Na ich sage es ja immer wieder Haben ist besser als brauchen Und haben tun wir eigentlich nicht wirklich viel Ich hätte ganz gerne Mehr Fleisch Oder Knochen besser gesagt Also diese Hamster-Biber-Knochen Und sowas Okay Es ist schön Wie Uns die Entfernung Immer näher Äh Immer weiter entfernt Angezeigt wird Obwohl wir den richtigen Weg laufen So Ich bin mal gespannt Wo wir jetzt eigentlich Boah Ja Übertreibt es mal Jungs und Mädels hier Okay Okay Ich soll mit dir reden Hallo Aloy Ich bin der tadellose Marat Bitte komm mit mir Es geht um eine wichtige Konsultation Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen Beim Sonnenkönig Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten Oha Folge mir bitte Hohe Audience Diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja Und alle wollen ihn um etwas bitten Unschön Aber das ist Politik Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge Es ist so faszinierend Ich will niemanden faszinieren Zu spät Erst kriegen Osseram Sonderrechte Und jetzt Fremde aus dem wilden Osseram Was will der Sonnenkönig denn von der Oh Was will denn der von der? Oh Mon dieu Ich bin eingeladen worden Ignorier sie Adelige sind wie Kinder Die quengeln Wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen Das ist mal eine gute Ansage Kannst du das noch ein bisschen beleidigen? Wichtig ist wie er nicht ist Wie sein Vater Ich glaube du wirst ihn ganz vernünftig finden Okay Ich bin mal gespannt Eloy von den Nora Seherin des Verborgenen Willkommen Du hast mir einen großen Dienst erwiesen Ernd Berichte bitte Ich war an Ersers Grab Es stimmt Eloy Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie Ich fügte sie Ersa als Kind zu Im Streit um ein Spielzeug Wenn es nicht Ersers Leiche ist Kann es sein dass sie noch am Leben ist Und ich lasse sie nicht im Stich Wir wissen nur dass sie weg ist Nicht wer es war Da kann ich helfen Ersa hat einen Feind unter den Osseram Einen Kriegsherren namens Derwar Unmöglich Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung Er muss längst tot sein Nun er hat ein Motiv Und ist klug genug um Ersa in so eine Falle zu locken Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum Ich habe schon einen Agenten losgeschickt Er wartet auf Anweisungen von uns Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld Wenn ich Truppen an die Grenze schicke provoziert das die Osseram Vielleicht ein paar Garde Soldaten Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora Erend Marat Lasst mich das mit ihr allein besprechen Ich hasse es dir noch etwas aufzubürden Doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich Ähm Okay Das klingt ein bisschen falsch Aber Was stimmt da mit euch beiden nicht? Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten Ohne ihre Osseram Garde hätte ich Meridian niemals befreien Und meinen brutalen Vater stürzen können Seitdem ist es schwierig den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten Aber Ersa schafft es ihr Volk davon zu überzeugen Du siehst ich brauche sie hier an meiner Seite Und das schnell Okay und das ist meine Ansage Und wer genau ist derwahl? Um derwahl zu verstehen Musst du meinen Vater verstehen Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott Sein Geist war verwirrt Er hielt Blutopfer für die Lösung von Tja Einfach allem Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen Besonders bei den Osseram Derwahl schlug zurück Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit Er entführte derweils Frau und Tochter Und opferte sie im Sonnenring Ja das klingt nett Freut mich Ähm hat es was gebracht? Wieso nimmt derweil so viel auf sich um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen Sie kämpfte an seiner Seite Bis sie begriff Dass er Meridian komplett auslöschen wollte Da kam sie zu mir Wir konnten ihn stoppen Und befreiten die Stadt von meinem Vater Seit diesem Tag Versucht derweil sich dafür zu rächen Und tut das meist an Osseram Die mit uns kämpften Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht Dass ich ihn längst für tot hielt Ich lag falsch Ich habe eine Frage zum Sonnenreich Und zu eurer Politik Bitte sehr Das ähm Was sind die Schattenkarja? Was wisst ihr über diese Schattenkarja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime Sie harren in der Festung Sonnenfall aus im Westen Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft Sie vergießen Blut im Namen der Sonne Um aus ihr Kraft zu schöpfen Ersa ist ihre Feinde Also hielt man sie sofort für die Schuldigen Derwahl war das klar Das war sein Plan Man nennt euch einen Sonnengott Der seinen Vater erschlug Um den Stämmen Frieden zu bringen Stimmt das denn? Es heißt du siehst das unsichtbar Teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften Und kannst Maschinen zähmen Wie viel stimmt denn davon? Das kommt schon so hin Tja Ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen Aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen Vielleicht nächste Woche Also der Typ hat auf jeden Fall Humor Das gefällt mir Recht nett habt ihr es hier Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg Es gefällt dir nicht Dann kann ich dir sagen Mir auch nicht Ja Man muss Geduld haben Die Veränderung braucht ihre Zeit Aber wird sie je kommen Wenn man im Palästen lebt? Vielleicht Irgendwann Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen No Das ist aber nett Eure Politik erscheint Sehr kompliziert Die Oseram sind Freund und Feind zugleich Ich hätte Meridian nicht befreien können Ohne die Hilfe von Erza und ihren Freibeutern Viele von ihnen leben jetzt hier Ja Doch die Präfekten der Oseram-Clane im Anrecht Neiden ihnen jetzt ihre Erfolge Wie auch viele Karja-Adlige Tja Es ist eine heikle Situation Insbesondere weil mein Vater die Oseram jahrelang beraubt hat Erza hält den Frieden Sie verspricht, dass alle profitieren können Doch manche Wie der Wahlen Nähren immer weiter ihren Hass Das klingt nicht so nett Aber gut Die Zeit ist knapp Ich muss jetzt weiter Ich weiß Nun Könige sollten niemals betteln Aber bitte Suche nach Erza Wer sagt das? Marat zum Beispiel Wende dich jederzeit an ihn oder Erndt Wenn du noch Fragen hast Klingt gut Oh Moment Hier ist irgendwas Mal gucken Buche eines Schreibers mit sorgfältig Gezeichneten Glyphen Gucken wir uns mal an Was das hier zu bedeuten hat Meridians Gründung Das klingt doch mal echt mal interessant Die Gründung Meridians Wir sind Karja In uns fließt das Blut derjenigen Die Araman vor langer Zeit aus der Verfolgung führte Wir kamen aus dem fernen wilden Osten Als Wächter eines Schatzes Der wertvoller ist als Land oder Metall Die Blätter der Alten Aha Araman fand die Blätter in einer Ruine Beschien von einem Sonnenstrahl Er erkannte sofort ihre Bedeutung In ihnen fand er die ersten Lehren Zur Beobachtung der Sonne Zum Erkennen ihrer Wege Und zur Stellung der Menschen Aus den Blättern kamen die ersten Glyphen Die ersten Schriften Durch die unser Wissen Unsere Stimmen überdauern konnte Doch als unsere Vorväter Dieses Geschenk teil wollten Wurden sie von denen verstoßen Die sie einst Stammesvolk genannt hatten Jene fürchteten Das Licht des Wissens Könnte ihre Ignoranz verbrennen Oder sie waren neidisch auf seine Macht Und so begann die lange Wanderung unseres Volkes Das nur darauf vertraute Dass die Sonne ihm den Weg weisen Und sie vor den barbarischen Stämmen retten würden Die Reise war hart Der Weg gesäumt Von Gedenksteinen der Familie Die unterwegs fielen Auch Aramans eigene Die Verfolgung hielt an Durch jene die nach sinnlosem Verderben Und Vernichtung trachteten Doch der Glaube der Kaja Wurde von einer fernen Vision belohnt Ein Turm wie ein steinerner Sonnenstrahl Der am Horizont leuchtete Selbst als ihre Feinde über sie kamen Folgte Aramans dem Flug der Grauhabichte Und führte sein Volk durch die dunklen Schluchten Und willende Dschungel Wieder sahen sie den Turm Jetzt so nah Dass er bis zur Sonne zu reichen schien Und sie sahen die Grauhabichte Die darauf rasteten Im Licht der Sonne warf der Turm Unser Turm Seinen langen Schatten auf einen Berg Und über das grüne Tal Aramans wusste Dass er einen sicheren Hafen Für seinen Stamm gefunden hatte Denn dies war ein Ort Den Ungläubigen Miden Die sich vor der Pracht des Turms duckten Oder vor den glänzenden Federn Der Grauhabichte Er nannte diesen Ort Meridian Nach einem Namen aus den Blättern Und der Stamm siedelte sich Im Schutz des Berges an Der dort war in jeder Hinsicht gesegnet Er erbaute ihre Steinhäuser Aus seinen reichlichen Rohstoffen Und bald auch aus dem roten Fels des Berges selbst Und sie krönten ihn mit den ersten Säulen Der Stadt der Sonne Die Sonne schenkte den Nachkommen unserer Vorväter Wahrhaftig viel und gewährte Meridian Reiche Ernten und Wohlstand Und sie schützten die Grenzen des Sonnenreichs So weit der Schein ihres Lichts reichte Meridian schützte uns vor den dunklen Pfeilen Und Ränken unserer Feinde Und mit der Zeit brachten Fremde uns Handel und Tribut Heiliges Meridian Ohne den Turm und die Sonne gäbe es kein Meridian Aber jetzt und für alle Zeit Steht es als Denkmal für beide Und der Ruhm Aramans und der Gründer Zeigt sich erneut in jedem Sonnenkönig Der strahlenden Linie in den Adelsfamilien Des Sonnenhofes Mensch das klingt ja sowas von romantisch Jetzt würde ich aber zu gerne Auch mal sehen Wie das Ganze hier aussieht Wenn es Tag ist Wenn ich ehrlich sein soll Ähm Denn Bei Tag haben wir das Ganze hier Wir haben Meridian nicht einmal bei Tag gesehen bisher Dabei würde ich schon ganz gerne wissen Wie es hier aussieht Wie sieht es denn eigentlich hier drüben aus Oh hier ist noch mehr Zeug Na dann Was haben wir denn da Schönes Die Sonnenkönige Ist das wieder so ein Ja okay alles klar Gründer Ramann Der unsere Vorväter Aus den Schatten des wilden Ostens In die Feste des Tales führte Der die Zeichen der Sonne Und Achso Und des Schattens gleichermaßen Las Und sie zur Stätte des heiligen Meridians brachte Der freigebige Amavad Der die Rodung und die Aussaat Auf den königlichen Maislanden überwachte So dass niemand der in der Gunst Okay Hier sind unglaublich viele Namen Die uns Sicher Okay Ich glaube das brauchen wir nicht Das ist so Das hat so ein bisschen was von Geschlecht im Geschichtsunterricht So Im Jahre 1739 Nein 92 Bla 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 Oh wei Das ist aber ganz schön weit weg Wo sie denn da hin Oh Also einmal hier oben Und einmal hier oben Wir haben jetzt zwei Ähm Ja Zwei Gebiete Die jetzt hier irgendwo in der Nähe sind Und Das ist ja geil Wir sehen hier jetzt zumindest Wo noch solche Energiedinger sind Sehr schön Ah hier oben Haben wir noch mal Ähm Sehen wir auch noch mal Ein Ähm Eine Brutstätte Ist gut zu wissen Dass da noch eine ist Ist hier noch irgendwo eine Wir sollten mal hier ein bisschen filtern Ich würde ganz gerne nur Brutstätten sehen Ähm So Da ist eine Da unten ist eine Und das war's Wir haben nur noch zwei Das glaube ich nicht Wir müssen noch mehr Brutstätten sein Da bin ich mir ziemlich sicher Da bin ich mir sehr sehr sicher Gucken wir uns nochmal die Quest an Hier Brutstätten Hm Ich dachte das wäre ein Meer Aber okay Passt schon Das tolle ist Wir könnten Dann Eigentlich Wenn wir da hochreisen Auch gleichzeitig Zu einer der Brutstätten rüberreisen Und wenn wir hier so eine Schnellreise machen In dieses An diesem Punkt Wo wir ja sowieso schon mal waren Da können wir uns dann überlegen Ob wir dann Erstmal hier hoch gehen Oder erstmal dort hoch gehen Aber vorher Ups Das wollte ich nicht Vorher können wir Einmal eine Schnellreise machen Und uns dorthin bewegen Und dann würde ich aber auch sagen Mach ich ja auch wieder Schluss Für heute Weil es wird langsam Spät Für mich Und Mir fallen schon ein bisschen Die Augen zu Und Es tut mir leid Balou Ähm Der jetzt aber auch Gerade anscheinend Wieder am Arbeiten ist Dass ich die Nachtschichten Nicht mit dir zusammen verbringen kann Aber Ich hoffe Es hat dir trotzdem Spaß gemacht Wenn du diese Restlichen Minuten Die du nicht erlebt hast Dann irgendwann Nachträglich Nachholst Auch an meine Freundin Liebe Grüße Wenn du so weit gekommen bist Ich komme gleich Aus der Arbeit wieder Oder irgendwie sowas So Hier können wir noch einmal abspeichern Wir können mal ganz kurz gucken Ob wir hier irgendwas in der Nähe haben Was wir angreifen können Ne Leider nicht Schade Wäre ja aber zu schön Um wahr zu sein So Wie viele Schritte sind denn das noch? Tausend Na seht ihr mal Also Wir sind hier wirklich Richtig an einem Scheideweg Wir können entweder Den Weg hier hochlaufen Oder Den Weg hier hochlaufen Ist beides nicht verkehrt? Ich mag diese Habe ich Diese Flugviecher nicht Also Ganz ehrlich Die nächste Brutstätte Ist natürlich viel näher dran Dann lasst uns doch lieber Die erstmal nehmen Und dann Dann erst irgendwas anderes Und uns dann wieder Für die Hauptquest Entscheiden Ich glaube das ist sinnvoller Hier sind aber noch Ein paar Kräuter Die nehme ich noch mit Bevor es Ans Ende geht Vor allem das sind Heilende Kräuter Und von denen haben wir In letzter Zeit Viel 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 zu viele Gesammelt Äh Nein Verloren Ähm Der langen Hals Der ist Ein bisschen weiter weg Also hier hinten habe ich einen Und hier hinten habe ich einen Also ich würde sagen Wir laufen Ähm Erstmal Also Erstmal hier hin Einfach weil das näher dran ist Und dann Haben wir 50-50 Also wir haben zwei Hauptquests Die eine führt nach Osten Die andere führt nach Westen Und Ja Genauso schaut es aus Würde ich sagen So Genau Ich wollte mir noch hier ein paar Heilkräuter holen Ein paar viele Und Sobald ich ein paar Heilkräuter habe Oder meine Heilkräuter Voll sind Gehe ich nochmal Abspeichern Wow 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 Ich wollte gerade sagen Wie viel ist denn da Aber das Sieht mir so aus Als ob man Da eigentlich ganz gut Unterwegs ist Sieht mir eher Befreundet aus Als befremdlich Oder vor allem böse Und eine hiervon Äh Äh Lieber mal einmal scannen Bevor ich hier irgendwo In einen hässlichen Hinterhalt renne Ach man Keine Heilkräuter Was ist das damit hier Ist das Ne Ich sammle immer nur Diese Feuerdinger Oh Da sind wir Die Flattermänner Die Langbeine Oh weia Äh Ziehen die hier Auf Patrouille Muss mal kurz Gucken Scheint so Vor allem Wenn der jetzt Nah genug kommt Der ist nämlich Viel massiver Als die anderen Dudes Geil So Dann gibt man Ein bisschen Action Ne Leia Warum hat man Heilkräuter Nyeh Dann wird es hier Schon wieder lustig So Das funktioniert Ganz viele Freunde Blöderweise Haben wir jetzt Natürlich Jetzt ganz schön Schaden bekommen Aber hey Wir haben wieder Einen neuen Freund Oh Das sind keine Freunde Und die flüchten Lauft Oh Das ist aber ein hübscher Mond Mir fällt das jetzt so auf Dass es hier einen Mond gibt Ich glaube Darin könnte man auch Erkennen Wie spät es ist Okay Wird das was Oder wird er jetzt Drauf gehen Wird drauf gehen Dann übernehme ich Den Gnadenschuss Ui Ne ne Hier jagt jetzt erstmal Gar keiner Der schnallt nämlich Überhaupt nicht Dass ich da bin Alles wird gut Kümmert euch einfach Um eure Sachen Genau Zieht weiter Wobei Ich weiß nicht was ich da gerade gemacht habe Aber das Ding hat einfach mal richtig mies Einen kassiert Ich habe schon zu viel dabei Richtig geil So Und Richtig richtig gut ist auch Dass ich jetzt gerade Wieder drei Punkte habe Schade Das war mein Freund hier Das war mein Freund hier glaube ich Sammeln wir noch mal ein bisschen Stuff Sammeln hier jetzt noch mal Fertigkeitspunkte Irgendwas hatten wir wo ich gesagt habe Das brauche ich unbedingt Stelle mit derselben Rohstoffmenge Mehr Munition her Das ist bombastisch Genau das machen wir Klack So Und das natürlich Ist dann das nächste Mehr Ausbeute So Wie viel erstelle ich denn dann jetzt Mit einem Mal Sechs Stück anscheinend Ja Ne egal Ich sag mal Lieber mal ein bisschen mehr Was war das Schade Nix Absolut kein Platz dafür So Jetzt aber Wir speichern hier nochmal ab Und zwar vernünftig Äh Muss mal gucken Nicht da unten Genau Hier speichern wir ab Jawohl Und dann Sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Let's play Horizon Zero Dawn Mit Aloy Und Ganz viel Action Mal wieder Weil Das ist echt Das klingt schon sehr Als bräuchte ich das Und Ich frag mich gerade Questtechnisch Ja gut Questtechnisch sind Mainquesttechnisch sind wir echt noch Mega gut Ähm Das alte Waffenlager Da sind wir jetzt eigentlich schon Fast dabei Das Demnächst machen zu können Naja Wie dem auch sei Ich bin zufrieden Soweit Ich hoffe ihr wart es auch Also Bis Bald Und so Ich bin jetzt erstmal weg Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal G decrease